so da wären wir auch schon wieder alles klar so dann würde ich sagen wollen wir rein in die duos ich weiß ja ich würde das erste level hier ganz gerne irgendwann mal spielen keine ahnung wo man dann bleibt ich wollte eigentlich auf ihn warten und dann mit ihm zusammen weitermachen aber anscheinend dauert doch noch ein bisschen gut wir haben drei quests abgeschlossen ich muss mal anfangen jetzt durch zu streichen da haben wir und bitte und ich würde halt echt ganz gerne so schnell wie möglich level ich glaube 27 oder so ist das werden 28 wo wir dann mit loba das ding für den banner kriegen hat man den wind tracker hey with me against me or you're with me against me because I'll be honest that happens time Oh Für mich schon? Wir sind hier. Wir finden etwas gut. Was sind die Cues, von denen wir so übel schnell fliehen, ne? Aber das ist da auch nur ein Anzeige-Bug, oder? Ich meine, das ist doch schwer auffällig, wenn da so eine Queue übers Meppen-Süd gehauen wird. Dann weiß man doch, dass das ein Mirage ist. Das ist ja eher Hilfe für den Gegner. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, look at you. Reloading. Hat er mich getrollt? LOL Gott alter ich habe gar nichts gerallt gerade während dem fight Aber wirklich gar nichts Erstmal ob wie ein geiles shield uns so rumfliegt Wir haben eine Minute bis der Ring öffnet. Wenn du es möchtest, pack ihn Oder ich nehme erstmal den dicken Rucksack Aber halt so Meine Maus bleibt doch alle fünf Sekunden hängen. Was ist denn da wieder los? Wir haben 45 Sekunden Und der nächste Ring ist genau da Don't leave anything good behind Body shield hier Level 2 Extended light mag hier Ich nehme das Nur was ich brauchte 30 Sekunden. Ring ist dicht Oh lol Na gut, dann gehe ich jetzt auch instant oben drauf gucken Oh Tossing jump drive Aren't you sweet Thanks Sentinel here Extended heavy mag here Level 2 Yeah, I could use that Nevermind, forget that Backpack here Level 2 Oh Morning We're all outside the Ring I don't stand in shock Opening shock Come see the merchandise You are coming home with me tonight Ist das nicht aus dem Lied oder so? Dieses, ich sag mal Zitat Ah, brauche ich nicht Let's see what we have over here Let's see what we have over here Let's see what we have over here Yep Bam to the woozle Sending out a decoy Hmm What treasures will I find here? Bam to the boozle Bam to the boozle Bam to the boozle Someone's been there I doubt there's anything good left Ich hab eben noch was lila links durch die Wände gesehen Und jetzt sehe ich nix mehr So ist das also Aha Ah Ah Oh Okay 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 Let's see what we have over here 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 Ich habe noch einen anderen zu Leiden gehört. Wir haben alle Schadstoffe verbraucht. Bis stehen finde ich noch ein paar viele in der Map rum. Wir haben eine Schadstoffe verbraucht. Ich bin hier. Standard, Optics hier. Mid-range. Danke. Nur das beste für meine Freunde. Nur das beste. Was spielt er denn? Okay, er spielt leicht rum. Ne, ich habe eine Messe. Hä, für was kann man den Schock jetzt? Achso, ja, Triple Take, klar. Lauf doch, Mädchen. Ich weiß noch nicht, wie gut er equipt das, ne? Noch eine Lila, ne? Also wenigstens eine wäre halt cool. Ich glaube, dieses Ort braucht etwas mehr... ich. Das werde ich auch nie lernen, ne? Seitdem ich einmal voll bin, ich nichts mehr mitnehme. Entschuldigung. Hier ist ein neues Kill-Leader. Niemand muss den neuen Kill-Leader entfernen. Sie sind zu schock. Extended-Sniper-Mag hier. Level 2. Dropship hier. Let's give them a warm welcome. Checking for supplies over here. Don't worry, I'll share. Ihr zu olden ist wahrscheinlich nicht so smart. Was? Ja, weniger der geile Scheiß. Boom. Hmm. Got a bad guy. Enemy spotted. Looks small. Shots fired and they're hitting me. Let's go here. Recharging shields. Sending out another me. Hammy's good looking. Let's see what we have over here. Recharging shields. Extended heavy mag here. Level 3. 10 seconds. Bamboozles for the foozles. Yeah, I said it. Ring's moving. Enemy here. Fire. Enemy down. Reloading. Hurt of the foozles. Carefully on fire. It's in danger of the foozles. We're behind it, Asuka down. I bet that chair package isn't becoming here for us to go. We're behind it, when we're behind it. Reloading! That was the end of that squad. Okay, gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Schade, aber wir wussten, dass da das Sniper noch war, aber damit habe ich jetzt in der Tat so nicht gerechnet. Nun denn. Ich habe die Quest fast nur mit Lobber gemacht. Ja, wir sind 20 und wir bekommen das Ding auf. Jetzt denke ich, es sind Bengel oder die das hießen. Oh Gott. 28, Alter, das ist halt noch ziemlich weit weg. Das ist aber so im Vergleich dafür, dass ich das Geld dieses Wochenende hätte. Naja. Machst du nix. Naja, das ist eine ganz gute Runde. Das er am Ende genockt wurde, war ein bisschen schwierig. Das war im Endeffekt dann der Grund, warum ich auch drauf gegangen bin. Sonst hätte ich halt niemals so hart gedivet. Ja, ich hätte ihn wahrscheinlich sterben lassen sollen. Naja, dafür hatten unsere Mates äh 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 unser Gegner da hinten. Das hat der sich schönen Kill gesniggert. Ich mache das für den Rutsch. Die Fans sind nur ein Bonus. Hello Kitty Goth, alles klar. Ja, dann spring mal Hello Kitty Goth. Oh nee. Ach, du kannst das doch nicht. Oh Mann. Okay, wir nippeln ab. Was soll das denn echt? Dieses immer wieder direkt abspringen. Ist das schön und gut, dass du fighten willst, Alter. Aber du bist scheiße. Andere Falle sind die überhaupt Gegner. Andere Falle sind die überhaupt Gegner. Und hier, gegen die Bordstärkung zu müssen. Das ist ja aggressiverus. Nein, wir haben noch. Doppelzappen, die Was, wie? Wie zur Hölle hat er das gemacht? Das ist so ein unfassbarer D-Sync, ne? Drei Drei Rent er denn lang? Und warum rennt er alleine? Oh Gott, du bist da gleich tot, Junge Oh lol Das ist halt so ein Bullshit, ey, echt Sie kommt Coming Good Job Hello Kitty Goth, Allah. Klar, Bruder. Ich habe kein Wort verstanden. Diese Dingens ist so unfassbar schlecht, ey. Double All, ne, da wollte ich jetzt nicht unbedingt spielen. Aber auch für Double All, ne, da ist eigentlich viel zu wenig Money. Na gut, hat er gemacht, da war ich halt vielleicht ein bisschen nasig. Wenn wir noch da oben drauf können, ob da noch was liegt. Da liegt in der Tat noch was. Sonne sich holen. Wie kommt der Ende schon hier hoch? Wie schnell ist er bitte? Das sieht aus wie ein gutes Ort, um zu laden. Das ist zwar auch jetzt nicht der geilste Ort, aber haben wir hier eine Mastiff in der Nähe? Ne, haben wir natürlich nicht. Holen wir uns einmal Money. Und dann holen wir uns, solange wir kein Dingens haben, den Double Tap. Oh, da oben ist ein Spidey. Gerne auch gesehen. Das ist doch nicht Bonker. Oh, da oben ist es. Oh. Hier ist einer mit der Triple Take. Und den Helm unten? Das ist doch dann still. Einatmen. Enemies,евой! U-Kill. Reloading! Careful, U-Kill Leader. Recharging my shield. Tarkat ist dort! Hier gibt es eine gewaltige Krieg. Es war noch nicht. Es war noch nicht. Was ist das? Oh, I do... Okay. Was ist da eine Mastiff, ey? Oh, ich habe drei Squats. Ja, das Problem ist, jetzt kann ich noch looten, Olmas. Jetzt bin ich wieder bei dir, Kumpel. Hier noch Damage noch bis zum nächsten Evo. Oh Gott, das ist aber... Das ist persönlich mir zu viel. Dann nehme ich lieber wieder das hier. Hier habe ich es gerade hart und lang gebraucht. Oh, warte mal. Ich bin ja doof. Wir haben da hinten ja noch hier mit dem Loot liegen. Der übel fehlt noch, ey, holy shit. Okay. Scheiße, ich hätte mir anderes Zeug holen sollen, ey. Scheiße, ich bin drauf. We're all outside the range and a wall of death is coming our way. Herr Package on high. I think someone might be there. Up there. Let's see what we have over here. Immer 1 Squat füllt beim Loot drop sein. Round 4. Beginning Ring Countdown. Die Kumpel ist da vorne. Warte, bis hierher zu öffnen wird. Irgendwer wird das Kumpel ist da vorne. Warte, dass wir hier vorne stehen. oh recharging machine wir müssen da rein oder wir gehen jetzt noch aus wir haben 30 Sekunden, um zu der nächsten Runde zu kommen wenn du runter gehst, ich dich nicht interessiere ich versuche, um sich näher zu kommen er ist hinter den blauen Boxen da, ja, ja wir haben 10 Sekunden, ich liebe es sagen, aber looting ist vorbei watch for zone i don't see him oh, i see him nein, er ist nicht alleine das ist ein Bloodhound mit Wild Body Shield ich habe auch gedacht, dass er alleine ist ich hatte auch eine beschissene Position schade, das hätte besser ausgehen können wir hätten einfach außen rum rennen müssen wir hätten einfach außen rum rennen müssen ich habe mich halt jetzt so drauf versteift dass der alleine war und das war wohl nicht schade naja, machst du nix machste wohl nix machste wohl nix das ist dein Champion das ist dein Champion das ist dein Champion das ist dein Champion ich hoffe, dass ich dich finde, bevor sie das machen Hank Italian 94 wer da 3.000 Kills der kann sich das erlauben wer da 3.000 Kills der kann sich das erlauben ist aber auch ne OTP sieht man an seinen Wins One Trick Pony hey nichts lilanes in der Nähe also so, so gar nichts so anders nichts was nen Scheiß mit round one beginning ring countdown long way to the next ring lots of ground means lots of treasure first blood let's explore this way hop up here optics here sniper Also hier liegt ja wirklich nur Schmutz. Ist ja selten, aber hier liegt ja wirklich nur Schmutz. Nein. Oh, das ist ein Pass hier. die muni nehme ich habe mit angst wenn ich unbedingt brauche ich wusste jetzt hier geht er da oben einfach weiter wie ich ihn überhole warum überhole ich ihn und jetzt ich war übel erschrocken ein bloodhound ich habe mich hier Was ist das? Boah, war das eine Dullierei, ey, echt, ne? Puh, ich höre dir ein, schönes Mann. Hat ne Dullierei, ey, also Aim ist gerade wirklich nicht. Jetzt müsst ihr auch da näher behalten. Äh, lag hier nicht gerade noch ne Dingens? Nicht doof. Hier lag doch gerade noch ne Mastiff. Oh, er hat sich die Mastiff gesniggert. Wat nen Arsch. Und ne, ist natürlich nicht noch eine. Wat nen Schlübby. Den kann sich nicht einfach die Mastiff. Weiß hab ich die überhaupt gebraucht. Ach, nein. Ich brauch generell viel mehr Sustain. Ne, warte mal, muss ich ja gar nicht kaputt machen. Hör auf, auf die Blakes zu schießen. Ja, das ist nicht meine Runde. Das ist absolut seine Runde. Ich bin heute mehr oder weniger professioneller Dulli. Also in der Runde bin ich mehr oder weniger professioneller Dulli. Ich hab aber auch gar keinen Aim. Ich versuchte mal ein bisschen R99 zu spielen. Um wieder Aim zu kriegen. Aber schon. Also. Das ist so selten, dass ich so spät im Game nochmal Kille, äh, Dingens brauche. Schildzellen. Ja, nee. Ich würde die Dingens gebrauchen, die du mir vorhin weggesniggert hast. Du Sack. Ich will nicht. Kasse es hier. An dieses Spot. Ne, hier war da noch niemand. Ja doch, da hinten haben sie auf jeden Fall gefeiert. Ich weiß ja schon, danke Sherlock. Ich weiß ja schon, danke Sherlock. Sniperstock hier. Level 3. Sollt ihr vielleicht nicht ganz ohne Waffe rumrennen. Ich weiß halt sonst auch nichts anderes so. Na gut, wollen wir mal fighten gehen. Die Runde ist aber auch vom Loot her absolut verflucht. Heiner? Hey. Du hast mich angepinkt, wenn ich mit dir rede. Weil ich schon auf dem Müllschirm war und, äh, ich wollte es jetzt durchziehen. Oh, mate, da rennt ihr voll rein. Er rennt. Er rennt, er rennt, er rennt. Oh, er fliegt mir entgegen. Ja. Fühlst du wohl her? Stopp, der ist alleine. Es ist so ungeil, dem Octane herzulaufen. Sollte man nicht machen. Oh, oh. Mann, jetzt bring den doch mal langsam um, Junge. Wir werden doch von allererseits beschossen. So, weggesniggert. Im Dreckssack. Immerhin ein Assist. Der Mate hat jetzt auch schon 300 Trillionen Kills, ey. Level 3. 10 Sekunden, bis der Ring öffnet. Grab, was du brauchst, und los. Ist ja heavy. Oh, oh. Zone, Zone, Problem. Hast du dieses Board? Ich steppe hier immer wieder. Wir rennen einfach querfeld ein, weil mir alles scheißegal ist. Und da schneiden wir uns heute den Weg ab. Super! LOL! Nein! Ich hab meine Waffe zur falschen Waffe gewechselt! Okay, das ist jetzt tot. Ah, okay, da war Dulli oft. Ja, sie knockdown ein und hauen dann rein. Wieso kriegen wir nur so wenig Damage? Ist ja voll chillig. Dann kommen wir ja easy in die Zone. Oh, da wird aber knapp, Meister. Ne. Schade. Das war knapp. Schauen, was Anna macht. Ich meine, hey, die ganze Runde war eh... War eh... Dulli hat sogar die Boxhandschuhe für Pathfinder. Ach. Ich dachte, dass wir so wenig Damage kriegen in der Zone. Ist das jetzt die zweite Zone? Ja, das war jetzt die zweite Zone. Ach, klar. Darf ich das nur noch vier Squats legen? Er will mich nicht echt noch reviven. Alter, das sind doch vier Squats. Ich werde doch niemals einen Hauch von Loot bekommen. Ich hoffe nicht, dass er das macht. Er geht mich reviven. Alter. Okay, dann kann das lustig werden. In der schon gelooteten Area. Schauen wir mal Facts. Schießt er? Nee, das ist... Das ist eine Loot. Und... Oh doch, er schießt neben dem Gegner. Ja, moin. Deswegen revivet man keinen mehr unter fünf Squats. Ach, Mann. Die Zone kommt mir jetzt da. Erstmal macht's ne Damage. Und jetzt geh rein. Boah, mit der Sippel ist das schwierig. Frag dich und dann bricht das ab. Aber jetzt tut das trotzdem ein Subline. Die Frage ist, sind das drei da unten oder sind das nur zwei, die am Falten sind? Da sind nur zwei gewesen. Das war zu spät. Soll. Wir sind ineinander stehen. Der schießt nicht. Hinter dir auch auf, Bruder. Jetzt bist du mit dem Türstag. Hahaha. Jetzt war er eine Türstar. Ja, top 3. Ist auch eine Killer, aber top 3. So. Die Das war grad echt sehr... ... schnell. Was denn? Ich war noch überhaupt nicht vorbereitet Erstmal Platz machen Maus kann ich bewegen Gut Keine Lobe Oh wait Okay, ich habe im Ladebild nicht hingeguckt Sorry Ich habe vielleicht nicht hingeguckt Ich bin das so gewöhnt, den ganzen Tag nicht dahin zu gucken Weißt du, ich habe gerade so gedacht so Soll ich was sagen? Weiß der das? Will der mich gerade verarschen? Fick dich Mark Ich war auf meinem Handy Ja gut Ich mag diesen Platz Ja Aber Perlfinder Queue und Lover Queue sind auch nur zwei Sekunden Unterschied Äh, fünf Sekunden Ja Aber die Lover Queue Ja, aber die Lover Queue kannst du perfekt auf den Millimeter, sag ich jetzt mal genau kontrollieren Ja gut Und die geht viel weiter als die Perlfinder Queue Ja, nicht wenn du es gut machst mit dem Perlfinder Also in der Richterensituation geht die deutlich weiter Perlfinder Queue? Ja, mit einem guten Slide zusammen gebunden Ja, mit einem guten Slide zusammen gebunden Die ganzen Trickshots auf Youtube, die gehen doch bis Möppen Süd, Alter Ja, aber Oh scheiße, da überholt mich einer Ja, ich werde bis zum Boden ge- Och man, das ist doch scheiße Wo sind sie? Da ist meine erste Runde, da ist unfair Ja Ich treffe nicht Boah, ja bin down Habe auch eingedownt Ich vielleicht den Anderen Ich vielleicht den Anderen Wie viel schluckst denn du? Ich muss nachlanden P2020 Nice Hi, ich bin hier hin P2020 Alter, war das ein Duli-Duell gerade, ey Ja, bei mir auch Ich hab Drei Kugeln getroffen Und Ja, toll Ich hör noch mehr Steps Ich weiß Nicht cool Einer snipet, hat aber auch kein Body Shield Und ein Gebrallter Einer Knockdown Ich kann nichts machen Ich seh nichts Ich hab nichts gesehen Der steht hinten durch irgendwo Ich glaub der kommt jetzt Der reviviert den Der wird den revivieren Jaja, der reviviert Jetzt geh rein, geh rein Oh Gott, der könnte zu spät sein Das ist zu spät Scheiße Ja, ich war halt One-Shot Was hätt ich machen sollen? Wenn der am revivieren ist Und nicht auf den Gang guckt Dann kannst du die so easy wechseln Der hat da auch nichts mehr, der Typ Ja gut, das wusste ich nicht Die hatten beide kein Body Shield Schade Ich hab gedacht der wär halt fast noch full life So, er braucht einen Schuss Er hör auf zu reviven Dreht sich um Gib mir einen Schuss Ja gut, das wär dann Pech gewesen Aber wenn er im reviven ist Und nicht hinhört Was man sehr schlecht kann beim reviven Oder nicht grad den Gang im Blick hat Oder nicht grad den Gang im Blick hat Ähm Dann kannst du ihn nicht easy wechseln Digga mit einer gezielten Kugel Geh mal grad raus Äh, ich bin im Ladebildschirm Ah cool Ja Noch nicht Ich krieg aber trotzdem jemand anderes Falls ich reinkomme Ah ja Ich brauch mich weil Oh die Where ist denn mein Eimer? Darf meine Eimer Des komm rein Das ist gut. Knisterboy, Knisterboy. Ich bin immer ein Knisterboy. Mit einer geilen Käse-Dip. Ah, da ist er ja. Hi. Nein! Was ist denn? Mir ist im Käse-Dip Nacho fliegen gegangen. Ich schicke einen anderen zur Rettung. Mach ich gerade. Aber fast noch, dass der nicht abbricht. Das ist dann ein Satisfying-Hoch-Drolf. Also grundsätzlich hab ich heute einen guten Apex-Tag. Ich weiß noch nicht. Zwei Pausen zwischendurch. Aber in den beiden Abschnitten, sag ich mal so, hab ich glaube ich drei Wins geholt. Also heute ist das ist an sich ein guter Tag. Seit der letzten Pause von einer Stunde circa, bin ich ein bisschen am Ende. Direkt neben uns. Team. Ich glaub der hat eine Axt da gefressen. Ja. Hat er auch, aber der wird nur gehittet. Beide. Beide haben sie gefressen. Ja. Ich bin direkt bei denen. Und hab keine Muni mehr. Beide. Oh. Oh mittlerweile freu ich mich mit der Dingens echt an. Mit der, mit der Havoc. Also nach den, nach den, nach den Buffs. Bisschen nach den Verbesserungen, sag ich mal so. Vom Aim her. Finde ich die echt schnieke. Nein. Keine. Keine. Hä? Oh ne. Joa war doch gut. Huh. Blaue Rissi. Was nen Evo Schild, ne? Was? Zu und zu. Sniper stock hier. Level 2. Was nen Mastiff? Höchsten Phoenix, kid. Nein. Was cool. I need a Mastive. Ey, warte noch. Ich hab viel zu viele Schildzellen. Oh. Und noch mehr aufgenommen. Natürlich. Weil ich smart bin. Weil ich smart bin. Du schießt? Hier. Level 2. Diese? Du schießt? Achso. Okay. Wir müssen mal googeln, wie man da am schnellsten das Ding wegkriegt. Weil ich hatte vorhin einen Mate, da ist mit zwei Kugeln gemacht. Also da gibt's irgendeinen Trick. Ja. Dass man da nicht 300 Sachen draufhauen muss. Ich hab grad 300 Damage bei Ande gemacht. Ich hab den Dragon getötet. Lol. Aufmerksamkeit. Es gibt eine hohe Anforderung. Ich wollt grad... Wow. Ich wollt grad leichte Muni droppen, um leichte Muni aufzunehmen. Oh, wir sind in der Sau. Das ist ja cool. Wir haben ja eigentlich übel Zeit. Wieso bin ich denn so am Hetzen? Kann ich mir ja fast nur nen Chip gönnen. Du healst dich erstmal hoch, würd ich sagen. Oh. Backpack hier. Level 2. Habe ich schon. Backpack hier. Backpack Rucksack. Habe ich da aber nicht weiter healen. Das ist ja das dritte Mal, da ich mich auf die... Uh, dann ist es daneben. Gut. Wir sind in die dritte. Ich würd sagen wir gehen aber weiter, weil ich hab Ult. Oder ich benutze hier Ult und dann machen wir hier nochmal Ult. Ja, dann machst du. Wo hast du das hier mit Kids? Da oben lang ist der Wind. Links von dir. Ja. Ja, warte. Ja, warte. Ja, warte. Dann mache ich uns auch erstmal ne Ult weiter. Ja, warte. Ja, easy. Dann mach weiter, dann mach ich ne Ult. Dann haben wir noch ne Ult. Oh. Äh. Ja, Problem. Meine Ult wird useless sein. Ich hab mich im Wesen verrannt. Bro. Let's do some shopping. Oh. Nice choice. You got good taste. Mmh. Oh lol. Ich hab Ungst von der Mäste von. Hm. Weil Double Tap ja gar nicht nötig. Der Laufweg. Wo ich gemerkt hab, dass das hinten nicht weiter geht. Gegner. Komm nicht aus dem Portal raus. Geh nicht ins Portal. Dann stehst du direkt vor dem. Ja. Ja. Das ist ein Blatter und kommt durchs Portal. Jetzt. Naja. Wo bist du oben? Ich komm hinterher. Achso. Ich bin direkt bei dem. Ja. Mach's gut. Komm. Nächster. Ja. Guck dir ein, was für ein Waschlappen ey. Kill Leader. So. Der steht ohne Rüsi vor mir der Wichser. Ist richtig. Super unlockig. Der hat mich aber auch gefühlt. Also der, der Bloodhound hat mich gefühlt eine halbe Jahrhundert angeguckt. Ohne irgendwas zu machen. So. Wo ich mir denke. What the fuck. Oh na. Schluss mit dir. So. Ich brauch noch einen lila äh. Schaft. Da bin ich perfekt ausgerüstet. Okay. Bei dem Mestiff ist es auf. Na gut. Ich hab einen lila Bolt drin. Besser geht nicht. Ich hab einen goldene Optik für die Ordernader. Hold on. I need to heal. Ja heal die. Du legst erstmal hoch. Hm. Weißt du. Ich wollte eigentlich zu dir springen. Auf einmal äh. Sehe ich dass du durch das Portal gehst. Ich drehe mich um. Verwerf die äh. Queue. Direkt in den Gegner. Ah. Direkt bei denen in die Fresse. Ich wollte eigentlich nur mit der Queue irgendwie weg. Okay. Kommen wir so weiter. Wir haben das Ding immer noch nicht aktiviert ne. Hä? Wir haben das Ult Ding immer noch nicht aktiviert ne. Hä? Wie schnell schaffst du es hoch? Ich hoch? Ähm ne mach noch nicht. Ich kann jetzt gleich noch mal ulten. In 5%. Dann ulte ich uns erst noch mal weg. Über den eigentlichen Weg. Das war knapp. Du kannst doch nicht runterfallen. Ja? Ja das ist eine Mechanic eingebaut. Da äh zieht die einen Armreif zurück und macht mit dem Finger so na na na. Ja ja aber guck mal wo ich hier stehe. Boah war doch easy. Nix da Problem. So kannst du anfangen. Bin's trotzdem arschknapp hier oben. Der steht ja immer noch da und ist noch nicht lange schon hier bei. Kommst du jetzt? Ha. Ich habe ihn 8% äh 2% sowieso. Ja gut. Das ist jetzt egal. Ich kann uns direkt weiter ulten hier nach. Ja wohin willst du? Ja hier oben? Da wo ich gepinkt hab. Oh na warte ich werf grad nen. Geil. Links der Wraith Portal EU West ey. Mach hier nochmal einmal kurz zurück weil da gab's noch was zu lücken. Obwohl wir seit einem Supply-Wind ist es nicht wirklich wert. Hm da ist ein. Sealer noch drücken. Ja ich spiele ich ja wieder mit einem zu einem der die Drakes abschießt. Ja lila ne lohnt sich. Ja aber sind super auffällig. Passt wieder. Hm. Helmet hier. Level 2. Hab ich schon. Oh lila ne. Helb. Helb. Ja ich sag ja auch nicht dass das schlecht ist. Die dicke Mäste. Ich sag nur dass das fucking auffällig ist. Da fahren dich die Loot-Drohnen nur noch auffälliger. Wenn du die Old playst, playst du ihn im Haus. Als gut gemeinter Rat. Und dann hör ich mir das noch ein bisschen. Ich hab grad eben mit einem zusammen gespielt der hat übel rum geweint. Weil ich voll dick gequipt war und er nicht. Na gut was heißt ich voll dick gequipt? Ich hatte halt ne Lilirusi als Watts. Als äh. Als äh. Als äh Loba. Was gibt's einfacheres? Ich hatte jede Runde ne Lilirusi mit Watson. Äh. Mit äh Loba. Ich hab. Selten. Weil ich. Keine Ahnung. Da wo ich bin sehe ich keine. Na gut. Ich finde es gibt nichts einfacheres als das. Na gut. Kommt dran welche Runde ne. Na gut. Gut. Gehen wir mal Riga wa? Wollen wir mal. Oh ich brauch dringend Shotgun Kugeln. Ich hab acht. Na gut. Und sechs dran. Blaue Risi. Ja von den blauen Risi. Ja von den blauen Risi. Hätten wir auch schon 3 und 12 Trillionen die Linde kaufen können. Wir sind nahe zu dem Ring. 30 Sekunden left. Offene Türen. Ja hier war schon wer. Hey da war da vorhin noch so ein dünnes der mehr geschrieben hat als er eigentlich gelootet hat. Und dann soll ich ihm alles weglooten angeblich. Ah ja Bruder. Hm. Logisch. Wenn du die Hälfte des Games rumstehst und am Schreiben bist. Oder rumstehst und nicht am Schreiben bist. Das war noch lustiger. Oh Schüsse auf dich. Auf mich. Oder in deine Richtung zumindest. Am Ostwesten. Da liegen Dörfboxen. Da war ne Wave. Von da kommt auch her. Ja. Da müssen die hier rum. Auch hier geht's nicht lang. Ne ne die sind andersrum gerannt. Hinten Feinden sind aber immer noch. Ist das dein Schwarzmarkt? Nein. Goldene EF45. Oh. Hallo. 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 Das so. Ist ja richtiger shit drin. Guck da mal rein. Da war noch ne lila rüssi und ein lila knockdown shield. Und noch ein goldes knockdown shield sogar. Lila Ivo shield. Oder das. Aber die kommen alle out of map. Wahrscheinlich aus des Boxen. Selbst sind doch. Oh Gott. Das bist du. Du bist mich grad so umrand, dass ich dich beim drehen, dass ich dich beim drehen nicht gesehen habe. Trotzdem ist es selbst rechts von uns. Da ist ne. Die gehen, die gehen diven gerade. Die Zone. Oh kacke. Ich bin hier runter gefallen. Ja. Da war ne Wave die die Zone diven war. Und auch nicht zurück. Die kam gerade schon zurück glaube ich. Oh ne. Die kam gerade schon zurück. Gold. Du brauchst ne goldene Nahkampfoptik. Naja hab ich schon. Okay. Das nehm ich. Das nehm ich. Das nehm ich. Ich hab schon. Ich hab schon einen Phoenix Kit. Das nehm ich. Mhhhm. Da hat jemand wiederbelebt. Lass doch mal hin. Na ja. Da wird sicher gewesen sein. Rechts liegen noch mehr Lootboxen. boxen aber nichts mehr in gold kommt relativ fix hinterher was wenn ich so sehe das sind 23 sekunden noch sollten eigentlich langsam in sohn oder in richtung sagen ja wovor die sich voll gelootet haben selbst von uns hier sind wir gehen die da rein ist gesehen bei mir rave hat lila in der bangalore braun dass du in die sohn kommst hier keinen da drinnen die bengalow die haben mich gekriegt ich muss mich gerade eine genock dauernd ich bin jetzt tot sobald ich rauskomme die weift wieder down ja fast tot scheiße die hat nichts mehr hier hinter dem baum ja 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 die hat nichts die hat nichts die christoph baub sehr schön erst mal phoenix geschmeißen einer von denen wird haben okay sie hat nichts tatsächlich die hier oben noch und nichts wofür es sich lohnen würde ich bin mittlerweile ziemlich voll gelootet ich bin mir aber nicht sicher 50 sekunden ich habe 360 kugeln die hat 25 ja ich habe 360 kugeln mit meiner er hat 301 nur problem ist halt wegen bangalore vor uns bis dahin muss reloaden ja mich ja ja ich heil mich hoch loba ist fast tot scheiße hinter mir vor das bleibt einer der wieder will der wie wir läuft ja jetzt macht er wieder sie kann sich nicht sein bewerben das steht hier unten aber er müsste auch nur mich man müsste sterben wegen sound schade naja war eine gute runde winner decided alles klar wir waren die letzten drei squads sie sind fünf rings mit revenant und ein bettel pack aufmachen lila noch mal versuchen gerne machen ein lila anhänger ich dachte ich dachte lila r99 kinder bin ich fand die lachen hänger will du ruhig und allein ich geh gerade eine rau das war schnieke Ich finde nix anders. Ich finde die Weihnachtsmusik schon cool, ich finde die schon cool, ich muss noch ein bisschen Pathfinder spielen, fällt mir gerade auf. Ich finde die richtige, die wir gewinnen sind. Sieben Kassel 34 im Champions-Squad ALA Was soll der Geiz? Schneller Kills oder schneller End? Ich bin einig, aber ich will ganz weit wegstehen Gehe Kassel 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 Nein. Oh oh. Ich dachte, ich dachte, das wäre sie. Oh man, das ist eine Rotze. Ich dachte, das wäre mein Maid. Ich habe gar nicht im Kopf, wo mein Maid ist. Schauen wir mal, was er denn macht. Kann ich sterben. Spielt Mosambik. Na gut, vielleicht weil ich nicht anders hatte. Ich hatte auch noch Mosambik. Sehe ich nicht, wenn sie Hitmarker macht oder hat sie einfach gar nicht einmal einen Hitmarker gemacht? Ja, und deswegen springen wir nicht mitten rein. Aber ich habe ja einen Kettel. Schau, ist cool. Vielleicht gehe ich Battle Pass. Cool. Das ist nur noch ein halbes Jahrhundert bis dahin. Sag ich mal langsam in der Runde? Bitte. Hier empfiehlt ich Player in Q. Das ist doch nicht richtig. Ich glaube, gerade spielen wir mehr Leute. Kann ich mir zumindest vorstellen. Ich habe was du brauchst. Ich habe was du kannst. Wenn du es wirst. Ich muss ehrlich sein, bin ich schade. Ich bin wirklich schade. Ich bin einfach schade. Ich bin nur noch, nichts schade. Ich bin immer besser. Ich bin der Jumpmaster. Ich werde dich verarschern. Wir gehen dahin. Weißt du, Augen auf den Preis. Aber wir gehen dahin. Warum wurde ich jetzt so früh gebremst? Ja, gut. Mein Glück, dass er ein Shield findet und ich nicht. Dann halt nicht. Deswegen springe ich nicht am Anfang. Weil das immer so ist. Wenn wir irgendwann am Anfang springen oder in die High-Loot-Zonen springen oder so. Gegner immer Main-Waffe und ein Shield. Und ich lauf rum mit weiß ich nicht. Mit dem Schmutz wie einer Wingman oder dem Schmutz wie einer Mozambique oder sowas. Oder einem Longbow. Das ist noch schlimmer. Im Early Game. Im Late Game mit einem guten Visier. Und im Aufsatz sage ich ihnen Longbow nix. Keine Frage. Ich spiele es ja auch. Aber es ist schwierig im Early Game. Also im Early-Early Game. Einer. Sag doch einfach, dass ich reinkommen kann. Wieso? Was ändert das denn daran, ob ich dir eine Einladung schicke oder nicht? Das ist vor dem Bildchen, äh vor dem Feld, wo ich gucken kann, ob ich zu dir reinkomme oder nicht. Da muss ich immer irgendwo rumprobieren. Du kannst doch einfach auf das Plus drücken, ne? Ne, das funktioniert bei mir halt nicht. Das ist das Problem. Ah. Okay. Aber ich kann ja auch nicht drohen. Ach jetzt. Also ja. Wollen wir mal dieses Dings ausprobieren? Das PvE? Ladebildschirm. Alles klar. Das ist interessant. Wie funktioniert die Scheiße? Das ist schon mal geil. Okay. Leider sind wir besser. Ja. 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 Wolle mich verarschen? Ich spawn und schmeiß instant beide Waffen weg. Ich will die, ich will, nein. Ich will das nicht. Oh, 4, 4, 4, 4. Schnapszahl. Ist ja cool. Nichts für mich zum looten, ne? Alles klar. Machen nicht. Kannste ein blade haben. Wenn du mich nicht blocken würdest Dann ist ungeil in demodus glaube ich Daneben Ja meine Maus ist ein Ladekreis Ja meine Maus ist ein Ladekreis Ah da bin ich wieder Ja wir müssen noch weiter Bei mir stehst du jetzt und die Zeit steht Du bist rausgeflogen Warte ich glaube ich habe Ladebücher Also du stehst bei mir auch nicht mehr da Aber es gibt gar keine anderen Waffen Der Artefakt ist close Oh jetzt fangen die an zu dodgen Ihr Drecksecker was soll das denn Oh Aua Doch es gibt wohl andere Waffen Der Mastiff das ist geil Was muss ich denn da machen Pick auf Achso Auf ihm Woah 1-2 Bitch Oh nein Double kill Oh Alter ist der Modus geil Escape Alles klar Ich brauche dringend Zeug Zeug Alter du hast keine Zeit Dich zum Rechargen Aber weniger Aber weniger als 0 Geht zu Versuch ich nicht zu Achso Das war close Das erinnert Es erinnert sehr an den An den An den Halloween Modus Aber in PvE Boah Alter Da kriegst du Stress Ey Mit der Zeit Hey Aber ist zu geil Nimm was mobiles Als kleiner Tipp So Octane kann ich Obwohl Octane Ne Octane ist scheiße Er zieht sich selbst HP ab Aber wir weifen dementsprechend auch Was soll ne neuer Text Erste Stück des Artefacts bekommen So Wollen wir ihn noch mal bei dir versuchen 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 Ich auch machen Ich glaube Lifeline wäre da richtig sick drin Modus Ich glaube Lifeline wäre da richtig sick drin Ne du hast nicht so viel Zeit an einer Stelle zu bleiben Du musst dich die ganze Zeit bewegen Sonst läuft dir die Zeit übrigens von da ab Ich hatte nicht mal Zeit mich zu rechargen Also ich habe das alles in einem durchgezogen Achso von Zeittechnischen her meinst du Ja Du hast die Zeit dafür einfach nicht Ne Mein gut ich habe das jetzt glaube ich mit 3 Minuten plus noch gemacht Aber Naja Hätte ja sein können dass du das meinst Wegen Du kannst halt nicht Du musst halt die ganze Zeit durch Schließen Musst du auch Davon mal abgesehen Ja deswegen Lifeline einfach Queue hinschmeißen In einem Umkreis bleiben Ja es ist schwierig in einem Umkreis bleiben Du musst ja wirklich mobil bleiben Aber es ist nett gemacht Ich finde es cool Es kann permanent bleiben meinetwegen Und hier und da liegt einfach so Loot rum Also es droppt später noch mehr Loot Ich weiß nicht ob die das droppen oder so Aber Naja das hab ich schon Vom Auto Oh Gott Alter Okay jetzt sollten wir immer so Zeit haben Um uns zu Also man hat schon Zeit Zwischen den Wellen quasi Lauf 35 Schaden Auf Kopf Das sind halt keine Menschen Ne Aber hier liegt doch immer derselbe Loot Sonst das da lag dann eben auch dahinten Vorsicht ab hier fangen die an zu dodgen Ne ne ich hab auch so 10 P220 Ich hab ein Problem Gehen Ich muss reloaden Ich hab gedacht du wärst was Wehe die einfach so hässlich aus? Äh ich muss mich Ein bisschen heal Ja mach ich auch bevor wir weiter gehen Ich glaub die kommen so ein bisschen in Wellenform Holst du dir die blaue Rüstung oder ich? Da liegen zwei in der Regel Bei mir vorhin lag da links liegt noch eine Das ist immer derselbe Loot Oh ich brauche noch Shields Ich hab welche Nicht zu weit gehen ne Sonst geht es weiter Komm Jetzt bin ich wieder dabei Du hast auch keine Achso ja gut War jetzt nicht so smart geb ich zu Ja Ja ich muss mal lassen Danke Lol du hast ja schon eine Rest of macht später bei den Viechern one shot Öh Öh Geht raus Okay warte bis bevor du weitermachst Ich musste mich Ich hab ein bisschen kassiert Ich hab ein bisschen kassiert Okay Nachladen noch Von mir aus kannst du dann Du musst da unten Ding aktivieren Geht mal noch auf die andere Seite gerade oben gucken Hier liegt da nur noch Muni und ein bisschen Zeug Was muss ich jetzt hier machen? Wir müssen jetzt nur noch deafen bis das Ding fertig ist Und Kommen die von draußen oder was? Von draußen Von den Seiten meine ich auch Wenn du draußen kriegst hab ich die Seiten Wenn draußen nicht zu viel wird Weil hier ist nichts los Okay Schätze Kann die P29 mal dabei auch runter schaffen Naja Du musst Das Ding jetzt aufheben Und zum Dropship Ja warte Schrei mal vor Pass auf dass Keine Shields Oh das ist natürlich geil in dem Mode Tschüss Oho 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 Ich hab's nicht geschafft Ich bin noch im Weg Einfach unter das Dropship Ja ich bin Ich bin im Dropship Komm schon Lauf Lauf War das jetzt schwierig 50 Sekunden Kann ich nochmal aussteigen? Ne kann ich nicht Boah Sehr schön Boah übel stressig aber ziemlich geil Ja Ja Das bobbt in der Tat Da kann man keine EP leider Ja 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 Das ist das Artefakt Boah Dann kann ich euch angucken Cool Nö Boah Boah Ja